So, ich habe diesen Weg jetzt gefu- Du kleiner- Okay, wagen wir einen neuen Versuch. Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Tiny Toon Adventures Buster Bust- Nein, nicht Bustlos. Buster's Hidden Treasure. Wir sind ja im letzten Part hier auf diesem Piratenschiff hängen geblieben. Und jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Eigentlich eigentlich habe ich ist ja gar nicht lange her, dass ich diesen Level gespielt habe im letzten Part, nur irgendwie habe ich mich da nicht zurecht gefunden. Na. Und ja, jetzt ist halt ein bisschen labyrinthartig aufgebaut. Also, ich sage schon mal, wenn das hier zu lange dauert, dann schneide ich das irgendwie zusammen oder wie auch immer. Wobei, komme ich überhaupt mit drei Herzen klar, wenn ich schon eins verloren habe? Hm. Ja, kommt, kommt. Äh. Meine Fresse, Alter. Das machen die doch mit Absicht. Schön, hier haben wir wenigstens immer eine Glocke griffbereit, dass wir... Oh, mhm. Auf vier Herzen kommen können. Fünf wären mir immer noch lieber. Oi. Das macht man aber nicht. Nicht nett von euch. Ich sehe übrigens jetzt erst, dass ich in diesem Level ja gar keine... Freunde habe, die ich rufen kann. Hm. Na gut, ich gucke jetzt mal irgendwie, wie ich klarkomme. Ich hoffe jetzt einfach mal auf das Beste. Äh. Okay, hier, äh, also hier bin ich schon mal gewesen, das weiß ich. Ich bin hier jetzt gerade mal vorsichtig. Hm. Hm. Das ist gut, so kriege ich ein Herz. Oh Gott. Das ist genau die falsche Stelle für diese... Fuck-Viecher. Hätte ich mir eigentlich sparen können. So, wo fegt der mich hin? Was ist alles? Au. Hä? Wofür ist der jetzt da? Nur, wenn ich von oben runterfalle, oder was? Hm. Aha. Da könnten wir also auch... Oder? Oder ich muss so springen, dass ich durch den Schwung da hochkomme. Äh. Zu früh, was mache ich denn da? Da komm, Basta. Ach, schon wieder. Sag mal, was mache ich denn da? Irgendwie will das nicht so recht. Und ich gehe einfach mal davon... Oh, 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 oh. Aus. Dass ich da in der Richtung sogar landen muss. Alter. Ich brauche jetzt Trinkenherz. Hm. Äh. Äh, das... Äh, das... Äh. Egal. Egal. So. Ich habe diesen Weg jetzt gef... Äh, du kleiner... Alter. Ich habe diesen Weg jetzt gefunden. Und zur Sicherheit werde ich jetzt hier tatsächlich mal ein State setzen. Nur um Zeit zu sparen. Ob ich es jetzt schneide oder hier state... Ne, ist ja kein Unterschied. Hm. Ach, die Stelle war das. Die Stelle war das. Ach, da muss ich da gar nicht... War es hier irgendwo, wo ich landen muss? Na gut. Meine Fresse. Alter, ich habe so einen Schiss, weil ich nur noch ein Herz habe. Ich will jetzt aber hier auch nicht einen auf Safe State Alarm machen. Ich meine, das ist nur eine Ausnahme, um Zeit zu sparen. Weil ich den Weg nicht gefunden habe. Nein. Nein. Oh, Himmellhilfen, ja. Oh Gott. Ja, das Herz, das hätte ich schon ganz gerne gehabt. Jesus, Maria und Josef. Okay, wir haben ein Herz, wir haben ein Herz. Au. Na, was mache ich denn schon wieder? Und zack. Und zack. Und da ist das Herz wieder weg. Nee, 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 nee. Da war ich definitiv schon mal. Du Ziegenbock! Zack, zack. Hm. Da war er zum Glück. Ist er wieder. Ah! Instant Death Spikes! Okay. Ich glaube, es wäre wirklich schlauer gewesen, hier nicht zu staten. Nee, definitiv. Ich meine, auch wenn ich mir damit Zeit spare, ich mache es mir ja damit auch schwerer. Okay, dann nochmal von vorne. Das mit dem State war eine dumme Idee. Vielleicht haben wir ja jetzt auch mehr Glück. So langsam habe ich mir den Weg auch gemerkt. Ich gehe mir jetzt die Glocke holen. Oder ganz vorsichtig dahin, wo ich gerade war. Weil ich habe das Gefühl, ich war der Lösung auf der Spur. Halt, Moment mal, ich habe die Glocke nicht geholt, oder? Genau, die war ja da unten. Ziegenbock. So. Ah, Mensch, Basta, was war denn das? So. Wir haben jetzt vier Herzen und wir kommen jetzt irgend wieder an. Tatsache, ich bin mit vier Herzen da angekommen. So, und jetzt bin ich... Jetzt bin ich wirklich mal frech. Und spare mir die Zeit. Jetzt, ihr habt ja gesehen, dass ich es so dahin schaffe. Ah, nein, ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Jetzt, jetzt ziehe ich es auch durch. Jetzt ziehe ich es auch so durch. Jetzt will der eigene, der innere Schweinehund, will keine Zeit mehr sparen. Der will das jetzt so richtig durchziehen, wie es auch vom Spiel gedacht ist. Okay. Dann machen wir das eben. Boing. Ja, da waren die Instant-Death-Spikes. Ah! Gott damn it! Sideshow-Bob. Ich meine, Tickle-Tackle-Bob, wie er bei uns heißt. Oh. Eine Tür? Oh, das riecht nach Boss. Vielleicht sollte ich hier zur Sicherheit wirklich mal staten. Das mache ich jetzt aber wirklich nur, damit ich nicht wieder da hinlaufen muss. Ihr habt ja gesehen, ich... Ah, nein, ey. Ich mache es doch nicht. Ihr Schatz? Oh, Monty! Das könnte der... Ja, es ist der verlorene Schatz. Was da, Buddy? Gib mir den Schatz! Montana, Max. Lass den Schatz zufrieden. Was da, Buddy? Dieser Schatz ist mein. Und ich tue, was immer auch nötig ist, um ihn zu bekommen. Ach, Monty. Was war das denn? Hä? Wie soll ich das bitte... Ah, okay. Und dann ist es ja einfach. Kommt der jetzt nur noch hier? Überlegt mal, Leute. Und ich wollte für sowas ein Safe-State setzen. Und ich wollte für sowas ein Safe-State... Oh, ich schäme mich, Leute. Ich schäme mich. Oh. Entschuldigung. Ich bin wieder auf diese Rückspultaste gekommen. Ich habe das Gamepad abgelegt und... Ja, Space ist die Vorspultaste. Wie kam ich auf Rückspultaste? Egal. Basta, Buddy. Wenn du Babs, Buddy, und deine Freunde zurückhaben willst, bring mir den Schatz! Verdammt. Montana Max ist... Ja. Hat mal wieder Scheiße gebaut. Will Scheiße bauen. Up to no good. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es wörtlich übersetzen soll. Na gut. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich werde daraus was zusammenschneiden. Und vielleicht noch den einen Level hier. Kann natürlich sein, dass das Video dann ein bisschen kürzer wird. Aber wir schauen mal. Oh, nee. Oh, die Strömung schlägt zu, wa? Irgendwas ist doch da bestimmt, oder? Nee, nicht. Ehrlich nicht? Böses Hai hier in... Böse Hai. Böse Hai. Kennt ihr dieses Lied noch? Kleider Hai. Alter. Nee, nee, nee. Oh, Alter. Nee. Der blockiert jetzt nicht wirklich. Shit muss ich hier aufpassen. Und die Unterwasser-Level. Alles... Alles, was hier mit Wasser zu tun hat, hasse ich sowieso. Oh Gott. So viele Haie. Und die sind einfach zu schnell für mich. Ich habe mich noch nie so nach dem Level-Ende gesehen wie hier. Oh Gott. Ich würde gerade am liebsten wirklich staten. Ah! Ist das ein Secret-Exit? Oder ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall geschafft. Mit einem Leben noch. Jesus Maria und Josef. Wie meine Oma in so einer Situation immer gesagt hätte. Oder ist das richtige Level-Ende? Keine Ahnung. Aber... Ich mache jetzt hier einen Cut. Mache aus dem, was wir da auf dem Geisterschiff erspielt haben. Irgendwie schneide ich da was Gescheites zusammen. Die Folge wird also eventuell ein bisschen kürzer werden als die üblichen. Also Leute, haut rein!